Oh, grüß Gott. Wenn ich ihn triff. Was hätten wir denn gern? Na ja, ein kleines Lächeln wäre vielleicht einmal ganz nett. Steht da draußen bei der Diacomedy Club? Na also, wir sind in einem Wirtshaus und da gibt es was zum Essen und zum Trinken. Ich höre. Also, das gefällt mir für jetzt gar nicht. Die Tu. Also, nein, jetzt reicht's. Hubert, steh auf mit ihm. Wann anstand mir die Leid? Entschuldigung, Fräulein. Ich bin kein Fräulein, du Hirsch, du Lauramer. Ich bin die Nette Annette. Da steht's. Nette Annette, das charmant bayerische Wirtshaus. Oder kannst du nicht lesen, du Hans Wurscht? Ein Geschwärl kommt daher. Bayern-Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram. und zur menstruation. Dannagierm Haus gut durch die K metaure Arbeit gefangen. Dannagierm Haus erzu sein. Landbrauerei